Achso, ich bin auch bescheuert. Ich muss die Glasfläche ja noch füllen. Mit Wasser. Jo, meine Kartoffel-Funde, willkommen zu einer neuen Folge. Ja, wir nehmen direkt den Anschluss auf. Folge Minecraft. Ja, ich, ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier was essen, weil sonst... Ich will, man hört den Hund. Das meinte ich nämlich. So, dann, äh, sag mir jetzt nicht, ich hab den Sand nicht aufgesammelt. Okay, ich geh Sand holen. Ähm, ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, es sind noch andere auf dem Server. Wir können unsere Rüstung übrigens reparieren, das wär gar nicht mal so doof, indem wir die Sachen... Der Hund ist davon aber nicht begeistert, ne? Halt mal dein Maul. So, ich geh jetzt mal los, ne? Ja, ich pack hier erstmal ein paar Sachen weg, weil sonst... Ich schreib einfach mal, hi, so freundlich. Wir sind nicht freundlich, Alex. Doch, doch, unser Team ist freundlich. Wir sind zwar vulgär, aber freundlich, gell? Ich hab noch acht Pfeile, das sind so 16 Gunpowder haben wir. Das ist optimal. Ich hab gerade echt ein wenig Angst. Du brauchst ja nicht, alles super. Ähm, wir könnten mal eine unendliche Wasserquelle machen für die Glasflaschen, aber ich habe leider keinen Wassereimer. Das ist ja ein bisschen blöd. Alter Schwede, ich bin echt... Schiff, oh, ich sterbe jetzt. Ich würd dich töten. Na gut, ich wär eh raus. Ne, du darfst ja noch einmal. Das würde da stehen, wenn du raus bist. Schön mit dem Schwert abbauen, gell? So wie wir es gerne haben. Immer mit den Sachen, die man nicht benutzen sollte. Okay, ich komme zurück. Ich bin hier gerade am Farm, weil wir, ja, farmen müssen, ne? Okay, hier fliegt einfach so random Erfahrung durch die Gegend. Ja, das ist doch einfach ein Zombie oder so. Also nicht erschrecken, ich komme jetzt gleich wieder rein, gell? Ja, ja, alles gut. Wer ist das? Sind sie ein Einbrecher? Ja, auf jeden Fall. Oh! Eimer mit Profis. So, nehmen wir mal gleich kurz das Fleisch raus. Ja, perfekt. Ich habe 17 Weizen noch. So, hab ich das noch? Ja, das hab ich auch noch. Oh, wir haben bald wieder einen Stack. Das hab ich auch noch. Das ist gut. Also wir brauchen ja auf jeden Fall noch drei. Ich hab noch Neterquarz und Co. Ich nehme immer meine Rüstung raus und repariere die. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht, das. Ja, wobei, ein Pfeil. Oh, doch, ein Pfeil kann ich mal behalten. Soweit läuft schon mal. Drei Fläschchen? Ja, möchtest du mir die Lohnstäbe geben? Ja, hast alle. Ich repariere hier nur gerade meine Rüstung. Ja, mach das. So, ich werde jetzt einen Braustand machen. Ja. Ich kann dir mal eine Brust geben. Du kannst deine reparieren, wenn du willst. Ich mache jetzt einen Bruststand, genau. Du brust die Brust, Mann. Ich hoffe, das war richtig, ey. So, ich place den jetzt einfach mal hier hinten. Hier, wir haben auch hier eine Einbuchtung. Toll, muss ich ihn jetzt echt wieder abbauen. Ich hoffe, er geht jetzt nicht kaputt. Ja, hab ich auch gedacht. Wo? Eine Einbuchtung? Ach, hier. Da. So, dann werde ich diese Fläschchen da reinsetzen. Ähm, Spinnenaugen hast du schon? Weil die sind oben links. So, dann brauchen wir einmal das da. Zack, okay. Dann mache ich jetzt einen Trank der Vergiftung. Äh, das kannst du gerne machen, ja. Ich würde aber gerne die Stärketränke zuerst haben. Gut, dass das nicht funktioniert. Was haben wir falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Achso, ich bin auch bescheuert. Ich muss die Glasfläche ja noch füllen. Mit Wasser. Ähm, ja, können wir irgendwie da unendlich oder soll ich einfach hier rausnehmen? Ich weiß nicht, geht das? Ja, das geht. Ja, das bleibt doch so. Ist doch alles gut. Ja, ich würde es aber gerne... Achso, ja. Äh, warte, ich habe Glas für dich hier. Hinten liegt neben dir. Ja, äh, hier haben wir Pilze. Hast du ein Eisenschwert? Sammel bitte die Glasfläche. Wenn du ein Eisenschwert hast, gib mir bitte das... Äh, gib mir die bitte, dann repariere ich das nochmal kurz. In der Fresse. Achso, ich habe die drei Flaschen ja schon. Kannst du mir bitte dein Eisenschwert geben? Zack, ich kann dir mein Eisenschwert geben. Welches? Das Ganze oder das Kaputte? Das Kaputte. Weil das repariere ich und benutze ich dann und du benutzt dann das Ganze. So, dann, äh, du möchtest Drank der Stärkung machen. Als allererstes, als allererstes, ja, bitte. Okay, dann muss ich schnell nochmal in meinen Safari. Also an dem Ende jetzt. Ja. So, Drank der Stärke. Den macht man genau mit Lohnstaub. Ähm, Netaquarz kann ich dir auch schon geben. So, dann mache ich den jetzt mal. Ich hoffe, das funktioniert für alle drei Fläschchen. Also mit einem hoffe ich. Warte mal. Nehme mal zwei raus. Äh, brauchst du Netaquarz und Gunpowder schon? Dann kann ich dir das jetzt geben. Äh, Glowstone Dust brauche ich. Glaube ich nur, damit der Stärke zwei wird. Probieren wir gleich aus. So. Oh, das hat sich lecker angehört. Warum hat das nicht funktioniert? Ich weiß nicht, haben wir noch was vergessen? Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Brauchen wir destilliertes Wasser? Okay, gut, der war nicht. Hä, mit Lohnstaubdrank der Stärke? Bin ich jetzt komplett behindert? Ach, fuck. Ach, man muss erst noch so einen seltsamen Trank voll machen. Ach, shit, Netawarzen brauche ich bitte. Ja, warte hier, 25. Und Springpulver kriegst du auch gleich. Ach, man. Scheiße, hier. Wo sind die Netawarzen? Du hast eine Warze. Ja, gib mal die Netawarzen. Die habe ich dir doch schon gegeben. Nein, die habe ich nicht. Doch. Nein. Die habe ich nicht. Netaquarzen habe ich dir eben hingeworfen. Die sind hier nicht. Drück E. Nicht Quarz, Warzen brauche ich. Was ist das? Ja, setzen wir nochmal in Neta. Ach, scheiße, Mann. Ich habe noch ein Netawreck. Ist es das? Warte, die habe ich noch. Ach, Netawarzen sind doch die kleinen Dinger, die aus diesem Treibsand wachsen. Kann das sein? Ich glaube, ja. Die haben wir nicht, ne? Oh, nö, oder? Fuck. Oh, nö, ich spiele nicht mehr. Ich bin raus. Keine Lust mehr. Scheiße. Oh, nö. Ernsthaft? Äh, ja, gut. Das war es mit Bloody Beach 2. Ich bin auf jeden Fall raus. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Warte mal, kann ich das machen? Ja, das kann ich machen. Ich kann sie schon mal in Wurftränke verwandeln. Ja, dann werfen wir sie mit Wasser ab. Das ist super. Ach, scheiße, Mann. Ja, sieh, lieber vorher gucken. Hey, komm, lass nochmal zurück in Neta gehen. Echt jetzt? Ich bin für Farm Raping. Base Raping. Ja, jetzt haben wir Splash Potion. Ach, kannst du denn wenigstens die anderen Schränke machen? Nee, du brauchst für alles eine Neta-Barze zuerst. Nee, Alter. Das kann doch nicht sein. Ach Gott, die Leute lachen uns wieder aus. Können wir die Folge löschen? Ja, wahrscheinlich. Können wir noch, wir haben noch genug Aufnahmezeit. Können wir noch mal von vorne anfangen? Scheiße, Mann. Fuck. Digga, das ist nicht euer Ernst. Ich hab auf jeden Fall Magma-Cream. Was kann ich denn daraus machen? Daraus kann ich einen gewöhnlichen Trank machen, der wirkungslos ist. Ähm, falls du mich suchst, ich bin raus. Ich bin in unserer Höhle unter uns. Haben wir Zucker, Neger? Äh, nee, wir haben gar nichts. Nice, auf jeden Fall. Der kann ich jetzt nicht. Ich probier das jetzt einfach. Ach, Redstone haben wir auch nicht, ne? Nee, aber das könnte man ja farmen. Das ist ja jetzt nicht so wild. Okay, ich baue mich jetzt in die Wand. Äh, für was willst du denn? Nee, ich glaube, wir brauchen Neterwarts dafür. Och, Mann. Ey, ohne Witz, das muss ich schon sagen. Mach mich gerade so ein bisschen salzig, ne? Ein wenig, ja. Aber so ein bisschen sehr. Ein bisschen sehr, sehr, sehr. Ach, ich hab nicht mal scheiß Fackeln. Doch eine hab ich, ey. Ey, das ist echt bitter jetzt, Mann. Das hätten wir echt vorher gucken müssen. Ja, wir hatten ja auch genug Folgen dazwischen, ne? Die eine, da hast du nicht genug geguckt. Wurde ich halt auch gucken können. Sind wir beide dran schuld. Aber ist trotzdem doof. Na gut. Das tut mir nicht sowas überlassen, Mann. Das weiß man doch. Ja. Mann, warum gibt's denn hier nichts? Kann ich nicht hier Neterwarten finden? Naja, wir könnten uns ein eigenes Neterportal machen. Das wäre auf jeden Fall möglich. Dann würden wir, aber dann brauchen wir noch ein bisschen mehr Farmen, ne? Dann lass mal jetzt raus. Es ist, es ist gerade Nacht. Komm mit, es ist gerade Nacht. Lass uns wenigstens rausgehen, komm. Ach, so ne Scheiße hier, Mann. Komm mit. Ne, da ist nix. Wir müssen in die Richtung und dann fahren wir jetzt nochmal Skelette und dann müssen wir eigentlich ruckzuck noch einen Diamanten fertig haben. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Spitzhacke und dann können wir uns ein Neterportal machen. Richtig, dann sind wir auf jeden Fall ein bisschen selbstständiger, was das Ganze angeht. Also hier sind zwei Zobbys. Was halt auf jeden Fall safe ist. Ich geh mal zu dem hier rechts. Ja, verpiss dich, Alter. So, das Skelett ist nicht down. Jetzt ist es down, ich wollt grad sagen. Ähm. Ja, ich bin gleich down. Ja, warte, geh weg, geh weg, geh weg. Okay. Du musst auf jeden Fall immer voll gegessen sein, wenn du kämpfst, weil sonst hast du ein Problem. Ich hab noch mehr als genug zu essen, falls du vielleicht was möchtest. Ne, ne, passt schon. Ähm. So, down sind doch Creeper, Zombie. Ja, noch nie. Wie viel haben wir denn aktuell? Ich hab vier, also mal drei sind... 45 haben wir, okay. Achso, ja, genau. Also nicht mehr viel, das heißt ein Dia könnten wir uns noch machen, ne? Und die anderen beiden. Der Rest würde ja auch recht fix gehen, wenn wir dann genug haben. Irgendwo noch Skelett, da ist eins. Das regt mich grad echt extrem auf, muss ich sagen. So, wir kommen zurück. Tut uns leid, dass wir gerade ne Pause machen mussten. Äh, ich musste kurz was klären. Jetzt ist es wieder hell. Ja, aber guck mal, da ist doch ein Skelett. In Rüstung brennen die nicht? Scheinbar nicht. Perfekt, der hat sogar was gedroppt. Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Was denn? Der kleine Mini-Drecks-Zombie. Und wir haben... Ach, wir brauchen echt Neter-Quats, ne? Ja. Für die Tränke auf jeden Fall. Das macht mich so aggressiv gerade, ne? Ja, aber die findet man eher in Festungen. Und wir waren in einer. Och Mann, das kann doch nicht sein. Geil, oder? Ah ja, egal. Ich gehe jetzt zurück zur Base. Ich kann auf jeden Fall durch die Wände in unsere Base gucken. Das ist natürlich super. Okay, achasch auch diesen Render-Fehler. Ja, aber wenn wir jetzt da hinlaufen, dann rendert er ja. Oh nein, er hat immer noch nicht gerendert. Mach einfach kurz die Dinge umstellen. Aber ich kann voll mitmachen, ist doch alles gut. Ach, okay. Behebt doch. Jetzt ist das Problem behoben. Perfekt. So, dann lass mal. Wir können uns ja, wie gesagt, unser eigenes Neter-Portal machen. Wir kommen dann halt bei diesem anderen da hinten wieder raus. Aber das wäre ja... Ja. Wo ist es so? So, dann machen wir das jetzt ganz schnell. So. Perfekt. Ja, ich auch nicht. Ich habe sieben. Du? Neun. Das sind 16. 45 plus 16 reicht noch nicht. Ja, wir könnten nochmal... Ach, ich habe gar keinen. Wie viel hast du? Sieben, ne? Ja. Kannst du mir alles geben? Ich packe jetzt ins Backpack. Kannst du hier nochmal die letzte Fläche hier bitte? Ich habe schon ins Backpack gepackt. Ja, kannst du mal was zumachen bitte? Och, lol. Julia kommt jetzt auch noch. 61. Äh. Nein. Ja, lass uns in die Höhle gehen, wo wir letztens waren. Vielleicht finden wir da unten noch Skelette. Wieso habe ich eigentlich eine Rüstung hier im Inventar? Weil ich die gegeben habe zum Reparieren. Mein Helm ist übrigens bald kaputt. Ja, du kannst auch alles reparieren. Nimm mal die Rüstung hier oben. So, und dann drückst du mal E. Und dann packst du es einfach in die Crafting-Dinger rein. Also zweimal Schuhe, zweimal Brust, zweimal Hose. Ja, warte. Du musstest nicht vorher ausziehen oder so, ne? Achso, weil dein Inventar voll ist. Ne, du drückst E und packst beides in die Crafting-Abteilung. Und dann repariert er das. Ich habe noch ein Spinnenauge auf jeden Fall. Also sind wir jetzt zu fünft? Wir sind zu fünft. Aber Helm hat es nicht. Ne, Helm habe ich nicht. Aber lass jetzt runtergehen. Warte, wo war denn die Höhle, die wir gefunden haben? Ich glaube, die haben, also Julia und, oder Julia haben, glaube ich, in Skype geschrieben, dass die Probleme beim zusammen Joinen haben. Ach ja, stimmt. Wegen gleicher IP war das doch, ne? Ja, genau. Vielleicht ist das seltsam. Ich mache mir noch eine Spitzhacke. Ich bin gerade so gefrustet, Alter. Egal. Nicht aufgeben, komm. Achso, du hast schon angefangen hier runterzubauen, ne? Dann finden wir vielleicht auch Eisen dazu noch. Weißt du, das wäre ja auch optimal, wenn wir dann auf jeden Fall nochmal Eisen finden. Oh, ich habe sogar eine Gasträne. Wir können einen Trank der Regeneration machen. Oh, das wäre auf jeden Fall richtig gut. Halt nur einen, aber... Ja, den nimmst du dann. Am besten zehn davon. Ja, du. So, warte mal, ich packe mal alles, was wir fürs Brauen noch brauchen. Das Ding ist, das Ding in Kombination mit Goldabfüll ist richtig gut. Also, dann bist du eigentlich untötbar. Und dann, damit könnten wir eigentlich die anderen... Also, das Ding ist, wir müssen uns das halt für einen Kampf aussparen. Äh, wir brauchen den richtigen Moment, wenn man sowas einsetzt, weißt du? Das Ding ist, wenn wir jetzt gegen irgendwen spielen, der total schlecht equipped ist und wir ballern uns alles rein, dann denke ich mir so, oh, scheiße, Alter. Und dann spielen wir nachher gegen, was weiß ich, Domser Weißweiß, die halt wirklich erfahren sind, was sowas angeht. Und dann haben wir nachher das Problem, dass wir nichts mehr haben, weißt du? Dann müssen wir uns theoretisch noch einmal nach dem Kampf neu equippen. Schau dir vor, wir finden jetzt hier nähter Warzen. Warzen finden wir hier bestimmt. Warzen an meinen Füßen. Ach so eine Scheiße, warum muss man denn die auch vorher verarbeiten? Was soll denn die Kacke? Oh, ich habe weggebrochen. Auf welcher Höhe sind wir? 38. Gut, dann gehe ich nochmal auf 20 runter. Was genau willst du jetzt eigentlich machen? Farm. Wenn ich fragen darf. In der Höhle suchen. Also Höhlen suchen, Redstone suchen, Eisen suchen, Gold suchen. Also wir sind jetzt auf Höhe 33. Gravel ist schon immer ein Zeichen für Höhlen. Hier so eine scheiß Steinspitzhaarger regt übel auf. Ja, aber. Ich muss dich leider enttäuschen, hier ist wirklich nur unfassbar viel Gravel. Geil. Ich komme mal runter. Ja, ich habe keine Schaufeln mehr. Ich auch nicht. Ja, wow. Ja, du hast auch den ganzen Sand und so abgebaut, ne? Ja, ohne Worte. Ich bastel hier mal weiter, ne? Alter. Ah, ich höre eine Maus. Hier ist... Ach nee, hier diese Silberfische oder wie die heißen. Ich höre eine Maus. Ja. Aber da gibt es Mäuse in Minecraft. Es gibt Fledermäuse. Aber es gibt... Ja, vielleicht ist es auch eine Fledermäuse. Dann ist hier auf jeden Fall eine Höhle in der Nähe. Ja, auf jeden Fall Richtung vor uns irgendwo. Okay. Boah, einfach. Ich bin jetzt bei 23. Ich werde jetzt mal ein bisschen in die Richtung links, rechts und so buddeln. Und hier mal, wenn du was hörst, einfach mal so... Ja, guck mal. Da ist Gold. Können wir nicht abbauen. Da ist Gold. Ja, ich weiß, wir haben keine Eisenspitze. Ich bastel hier mal so ein bisschen im Kreis und vielleicht so ein bisschen nochmal nach unten. Einfach um irgendwas zu finden. Das ist ein Problem, ich habe keine Fackeln. Ich sehe irgendwann nichts mehr. Ja, ich habe auch gerade keine mehr. Achso, das ist auch keine. Aber ich kann welche machen. Ich habe Kohle. Ja, ich bräuchte nur Sticks. Nee, ich habe jetzt 24 gemacht. Warte, die Hälfte wäre... Die Wochenzeit ist erreicht. Okay, gut. Dann ist die Folge damit vorbei. Alles klar. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen, dann zeigt es mit deiner positiven Bewertung. Bitte lyncht uns in den Kommentaren wegen den Tränken. Ja, unser Plan sieht jetzt wie folgt aus. Wir werden jetzt nochmal ein Neter-Portal für uns selber machen, um nochmal einen Neter-Wartzen zu farmen. Ja. Gut. Und dies mit den Tränken wollen wir jetzt schon durchziehen. Auch wenn Marcel in der Folge, die heute kam, gesagt hat, nee, kann ich nicht tränken. Ja, ich werde nächstes Mal bestimmt wieder motivierter sein, weil das hat echt deprimiert gerade. Ein wenig, ja. Hat man bestimmt auch gemerkt. Gut, in dem Sinne, hau da rein. Puah. Danke fürs Zuschauen. Puah. 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 Puah.